Vielleicht hat jede Legende einen wahren Kern. Achdok war der Erste, der Gold entdeckte. Er häuft es jahrzehntelang an. Und als er starb... ...man sagt, dass sich unter diesem Schatz ein Artefakt von unvorstellbarem Wert befindet. Die Maske von Achdok ist Bestandteil des allergrößten Schatzes. Sag mir bitte, dass wir kurz vor dem Ziel sind. Wofür brauchen wir diesen Stein? Ich habe keine Ahnung.